Moin heint hallo und auch frohe weihnachten ja das hier ist jetzt einfach mal ein kleines frohe weihnachten hallo hoffe es geht dir ganz genau dir gut und du hast eine schöne weihnachtszeit schrägstrich gehabt schrägstrich jetzt gerade schrägstrich innerhalb der nächsten tage auch noch und ja in diesem video geht es eigentlich hauptsächlich um ein kleines gewinnspiel jetzt zu weihnachten und zwar habe ich hier gerade momentan noch vier spiele keys rumfliegen die ich nicht eingelöst habe und die ich teils auch schon habe also die spiele habe ich den teils schon deswegen löse ich natürlich nicht nochmal ein aber trotzdem habe ich da noch keys davon und aus diesem grunde werde ich moment 1 2 3 4 5 keys habe ich hier rumfliegen werde ich diese fünf spiele einfach mal verlosen und zwar soll das ganze in einer mischung aus wer zuerst kommt mal zuerst in klammern und wer zuerst mal der hat zuerst sein brötchen und eben aus der zufall entschieden werden und zwar könnt ihr grundsätzlich einfach irgendwas in die kommentare schreiben also irgendwie irgendein kommentar schreiben was immer du bist scheiße zum beispiel oder ich hoffe du warst beschissene weihnachten oder oder ich hoffe dir fliegt in silvester eine rakete ins gesicht das sind zum beispiel schön dinge die man zu weihnachten schreiben kann einfach so als grüße und als hey das wäre ganz nett mal hier so einen key zu bekommen ja ich hoffe einfach dass ganz überhaupt irgendwie funktioniert aber ja wie gesagt um das ganze mal eben ein bisschen weiter zu erklären es kann eben auch dementsprechend dass durch zufall ist sein dass ihr wenn ihr als erster kommentar schreibt nichts gewinnt also erst mal durch zufälle die allgemeine auswahl sozusagen aber wenn ihr als erster kommentar schreibt und dann auch ausgewählt werdet dann würdet ihr auch das spiel aus der liste bekommen was ich jetzt persönlich als am qualitativ hochwertigsten empfinde ich denke ich werde jetzt nicht so genau weil die sind ungefähr schon recht gleich na ja na ja na ja aber ja wie gesagt es sind jetzt keine riesen spiele die ich jetzt einfach noch rum das ist ein fnf spiele kiste ich irgendwie noch habe es sind keine aktuelle spiele ist jetzt kein mit von drei oder sowas aber ja es sind ein paar nette dinge dabei ich wie gesagt halt auch ab und mit denen ich auch sehr zufrieden bin von daher ja wie gesagt einfach so als kleines weihnachtsding vielleicht hat ja irgendwer lust hier irgendwie einfach mal so wie man die einlöst ist dann eigentlich immer recht plattform bezogen aber eigentlich kann man es dann recht schnell finden so bei steam beispielsweise da irgendwo oben in der liste spiele aktivieren oder produkt aktivieren und ich glaube auch bei uplay und bei origin doch keine ahnung ja und ubisoft uplay und origin wer nutzt das schon aber ja grundsätzlich sind das glaube ich auch alles die man auf steam aktiviert ja ja doch 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 ich glaube schon aber ja wie gesagt ich hoffe das ganze klappt irgendwie und wenn ihr lust habt einfach kommentar schreiben dann los ich aus dann gucke ich da 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 dann schick es euch per youtube per privatenachricht also einfach mal im posteingang gucken und auch noch wichtig das ganze läuft bis zum 30 12 um 18 uhr dann werde ich gucken ob da jemand bock hatte irgendwie was zu nehmen wenn nicht doch doch mal schauen und dann würde ich am 31 12 also an silvester ganz auflösen und dann würde ich mal sagen doch ein paar schöne weihnachtstage und wir sehen uns dann spätestens am 31 aber ich denke doch mal sehr schön etwas eher und dann würde ich sagen bis dahin und so und weil der unglaublich kompetente vergangenheitsnever noch etwas vergessen hat natürlich könnt ihr nur einen kommentar schreiben dementsprechend nur eine ein key gewinnen und nicht fünf kommentare schreiben dann alles bekommen vier vier zählen fünf doch fünf waren es ja gedächtnis und so und ja das war noch mal eine kleine randbemerkung vom gegenwärtsnever schöne weihnachtstage und macht euch eine schöne zeit mit euch selbst mit freunden mit familie mit eurer katze mit einer taube ist auch meine gute wahl und noch einmal tschau